Hattest du ob? Ja, liegt am Sporn. Ja, da kommt... Ja, natürlich pussen die durch, Alter. Ja, okay, report mal diesen P... Nein, warum? Doch, er gibt mir einfach durch wollen. Er stand... Es kann aus, dass er einfach die Öle durchgeschossen hat. Ja, trotzdem nicht so spät. Report mal die trotzdem. Hallo, 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 hallo. Den vierten von denen. Einer kommt von unserem Sporn auf jeden Fall. Der andere guckt mit Salberto, äh, guckt der Cutters. Der braucht das nicht. Ja, das... hat das. Cutters. Nein. Nein. Hat erzielt, erzielt, hat erzielt, hat erzielt. Cutters kommt. Nein, einer down. Noch einer, noch einer Tunnel. Keiner guckt. I flash, I flash, I flash, I flash. In smoke, in smoke, in smoke. Player time. Run. Run, run. Erst auf, Alex. Safe, 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 safe. guck mal wie wir aufgeholt haben ich hab 12.000 ne ich hab da 13.000 ich reg mich gerade voll auf komm ich will jetzt auch mal Auto-Sniper-Nub ich will jetzt auch mal Auto-Sniper-Nub oh ne ich hab mir Scout geholt ich spiel mit Tigris alter also mit Auto-CZ hab ich noch nie ich hab aber einen Skinführer geh mal bitte long ja long steht nein nicht alt ja siehste der Echo steht mal Mitte der steht mal Short ich flasche ja ich hab scheiß Ping ich seh gar nix nein ja was soll ich machen alter ich war im Zielfern aber ich dachte der links neben der Welt noch dann lass es einfach noch mal das war schon eben wie ich hab die Loss ich füge jetzt das ist was ich weiß nicht so ich möchte ich hab sie zählt aber die an Kost alle auf die die das sei ein Löffel mehr da kommt auch schon ich bin froh das liegt aus das war es für ja die mann zu erblickt mal einer Katast Oh, kleiner! Ich steck auf die Tür! Ja, gut. Das ist doch geil. Sie suchen! Ja! Heu... Heu, er! Was? Ich bin Gold und was war Ja gut Leute, ich glaub das war's nur noch mit dem Video Wenn's euch gefallen hat, gebt ein Like Oder lasst vielleicht ein Abo da Ich mein Abo geil, wisst ihr noch mit Felix? Ja, dein Spaß Wir spielen jetzt auf jeden Fall noch ein paar Runden Vielleicht nehmen wir sogar auf, dann habt ihr noch ein bisschen Vorrat Dann seht ihr ein bisschen mehr Und viel Spaß, tschüss Und viel Spaß